Wir haben jetzt hier eine kleine Überschwemmung. Das ist etwa viertelab elf Uhr und es hört und hört nicht auf. Die ganze Strasse ist voll. Aber das ist ein super Berg. Der Raffi, an diesem Tag, wo der Raffi das erste Mal da ist. Wirklich? Ja? Du willst schon mehr Party machen, gell? Rennst du jetzt hier durch oder wie? Ich mache kein Foto, das ist die Astrid, die nach Hause will, aber sie kann nicht nach Hause. Siehst du, da habe ich noch drei Viertelhosen an Schlappen. Warte jetzt!